Ja, mich legst du an, Oschwede. Ihr scheißt euch wirklich gar nichts, gell? Ihr scheißt euch absolut gar nichts. Ihr stellt jeden Tag, stellt ein neuer Volldepp auf und der stellt auch nur auf, damit er mir auf den Sack gehen kann, glaube ich. Der Oktoberfest-Curry King. Da habt ihr euch das richtige asozialen Volksfest ausgesucht für das Verbrechen an der Menschheit. Ist ja eh wurscht. Der 0815-Preis in seiner geschissenen Plastiklederhosen, der beim Oiti kauft, der checkt es ja sowieso nicht. Der kennt es ja eh nicht anders. Das ist ja eh wurscht. Götzefix, Alter, das darf doch nicht die Wahrheit sein. Pass auf, das wird noch besser, Alter. Münchner Weißwurst geschnitten in Eigenhaut. Oida, was kommt denn als nächstes? Schweinebräuten in Eigenurin. Das passen. Oder Leberkäse in Ketchup-Soufflé. Ihr asozialen Penner. Anzapftes mit Petersilie und Holzgabe auf der Rückseite. Geil. Da kann ich mir auch eindrücken, die Bäder sei, auf meine in Senfsoße schwimmenden, wie Körlwurst hergeschnittenen, Würstelstücke draufstreuen und dann mit der Pommesgabe einstehen. Ist das da nachgedenkt worden? Ich weiß es nicht. Münchner. Münchner Weißwurst hergestellt in Niedersachsen. Finde den Fehler, ihr anreitigen Dreckhämin. Aber hergestellt in Niedersachsen, das erklärt er eigentlich eh schon alles. Ganz ehrlich, wer die Scheiße kauft, der frisst er, kann gleich die abonnieren. Habe die Ehre.